Es geht wieder weiter mit einem weiteren Part von Mario Kart 8 Deluxe. Im letzten Part haben wir den Pils Cup abgeschlossen. Gold Pokal, 3 Sterne, ganz easy. Und machen heute auf jeden Fall mit dem Panzer Cup weiter im 150er TTM. Und heute fahren wir mit König Buhu. Einer meiner Lieblingsfahrer von Mario Kart Wii. Neben Funky Kong, war schön. Und wir haben auf jeden Fall was freigeschalten. Dies wäre der Feisthirnchen. Den können wir auf jeden Fall gleich benutzen. Und diesmal fahren wir mit einer Kartkombination. Ich müsste jetzt irgendwas auswählen. Auf jeden Fall mit dem Rennwagen. Dann den Rally Reifen und den Feisthirnchen Gleiter. Setz ihn ganz gut aus soweit. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Panzer Cup. Let's go! Der Anfang macht die Kumowalde aus Mario Kart Wii. Einer meiner Favorit-Strecken. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool. Und selbst die Remake-Strecke jetzt von Mario Kart 8 her, finde ich sogar viel, viel besser. Ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und ich muss noch eins sagen. Ich glaube, das habe ich deutlich in dem ersten Part erwähnt, dass es auf jeden Fall Doppel-Items gibt. Und die, die vorher ihren Ursprung aus Mario Kart Double Dash hatten. Und da muss ich eins zugestehen. Was leider ein bisschen schade ist. Aber bis jetzt kam ich leider noch nie dazu. Kam aus Mario Kart Double Dash, wie gesagt. Und ich habe es leider noch nie gespielt. Auf jeden Fall ist es auf Gaming Group, soweit weiß ich das. Gameplay hatte ich mir auf jeden Fall angeschaut. Aber ich finde es auf jeden Fall ziemlich nice. Da gab es ja nicht nur die Doppel-Items. Bisschen vorsichtig. Okay, läuft so gut bis jetzt. Ne, wobei? Okay, das Brems war ein bisschen unnötig, aber es muss sein. Ah, jedenfalls. Wing Mario Kart Double Dash. Das Spiel habe ich wirklich noch nie gezockt. Ab bis jetzt kam ich auch noch nie dazu. Würde ich sogar gerne machen. Hm, naja. War aber auf jeden Fall wenigstens schön. Wie gesagt, ich wiederhole mich so immer wieder. Aber ist eigentlich schon alltäglich. Ich überrunde die irgendwie, wenn das so weitergeht irgendwie, ne? Ich bin schon fast am Überrunden. Wird sowieso nichts raus. Wäre voll lustig. Aber es wird nichts am Überrunden, ne? Okay, das war ein bisschen doof. Naja, wobei, wenn ich es vielleicht noch schaffe, kurz am Ziel, könnte ich es noch schaffen, um noch etwas zu überrunden. Ist ja richtig lustig. Ja, doch. Ich schaffe es sogar. Ich sehe schon Peach. Und auf der Karte ist sogar recht nah. Ne, schaffe ich leider nicht. Aber ich habe voll den krassen Vorsprung, Alter. Aber Hälfte der Map an Vorsprung. Ich hätte schon fast... Ich hätte schon alle fast am Überrunden. Alter, wie heftig. Unnormal heftig. Ha, okay. Jo, also... Es kann ruhig gerne so weiterlaufen, würde ich sagen. Ha, geil. Ich habe auch, falls den einen oder anderen nicht bemerkt... Und hoffentlich kann man auch den Game Sound hören im Hintergrund. Dass man mich auf jeden Fall etwas mehr verstehen kann. Weil im ersten Part ging es, aber es war trotzdem ein bisschen leise. Deswegen habe ich es ein bisschen anders hier umgestellt. Und mal schauen. Ich werde es auf jeden Fall so machen. Dafür kann man die 60 FPS leider nicht sehen. Was ich dann dadurch schade finde. Obwohl ich es so einstelle. Aber irgendwie ging es dann das Programm. Kein Bock drauf. Will ich nicht. Und ja. Tja. Ich glaube, das Glück hat mich verlassen. Und wie mich das Glück verlassen hat. Definitiv. Ach, Mann. Ich sehe mich auf jeden Fall. Okay, ich sehe das nicht. Aber ich höre mich definitiv. Larry, ich sage ja, vorsichtig. Ich warne dich. Ja, wobei ich nehme mal einen Windschatten von dir. Und treffe dich dann damit. Ja. Jetzt läuft es doch gerade, würde ich sagen. Aber ich würde lieber nicht sagen. Weil Karma ist so bitch. Und deswegen sage ich jetzt lieber nichts dazu, was uns eventuell manipulieren könnte. Und das möchte ich verhindern. Definitiv. Und ja, was gibt es denn sonst eigentlich noch zu sagen? Ich habe eigentlich das Wichtigste im ersten Port gesagt. Der Battle-Modus. Dann die dritte Stufe des Mini-Tobos. Verbesserte Qualität. Ablocken. Kommt. Okay, hat noch funktioniert zum Glück. Und ja, wie gesagt, das Wichtigste habe ich eigentlich gesagt. Bis jetzt gibt es auch nichts sonst noch zu sagen. Und ja, das war es eigentlich. Weil so viele Erneuerungen gibt es ja sowieso nicht. Und ja, das Größte ist halt das mit dem Battle-Modus. Aber vielleicht werde ich es so machen, dass ich das im Online-Let's-Play mache. Mal schauen, weil es kommen ja sowieso viele, viele Port-Sätze. Weil ich habe den 150er. Dann der 150er im Spiegel. Und dann halt den 200 CCM oder so machen werde. Und da komme ich mit auf jeden Fall schon mit über 10, 15 Parts auf jeden Fall. Deswegen werde ich das dann im Online-Modus machen. Da weiß ich bis jetzt noch nicht mal, wie ich es machen werde. Weil nur das ganze Zeit immer wieder dasselbe immer so wie immer so zu kommentieren. Wird ein bisschen langweilig. Vielleicht mal ein paar Themen oder so. Na, ich weiß nicht. Ich bin eigentlich nicht so der Typ dafür. Oder so dem irgendwelche Themen oder sonst irgendwas einfallen. Hier, außer wenn irgendwas aktuelles ist, dann ist es immer der Fall so, dann könnte ich es freestylen. Einfach so frei raus. Aber na gut, machen wir mit der nächsten Strecke weiter. Der Cheap-Cheap-Strand aus Mario Kart DS. Und selbst schon auf der Wii U-Version schon richtig cool, finde ich. Aber irgendwie seit Mario Kart sind die Real-Make-Strecken richtig geil irgendwie geworden, ne? Okay, bei Mario Kart 7 war es auf jeden Fall okay. Und sogar selbst Mario Kart Wii war es auch noch okay. Ab jetzt die Mario Kart Wii... Ach, nicht Mario Kart Wii, Mario Kart 8 natürlich. Sehen die Remake-Strecken einfach mega geil aus. Sei es jetzt hier durch die bessere Auflösung auf der Switch. Oder generell. Es gibt verschiedene Vergleichs-Videos der Remake-Strecken und der etwas neueren Strecken. Also die Remake-Strecken halt in Mario Kart 8. Also solche Vergleichs-Videos wie vorher und dann nachher. Also die Unterschiede sind wirklich richtig krass. Jetzt zum Beispiel jetzt hier auf der Streike Cheap-Cheap-Strand aus Mario Kart DS. Schaut euch zum Beispiel ein Vergleichs-Videos davon rein, wie es vorher bei Mario Kart DS aussah. Und jetzt sieht es bombastisch aus. Richtig geil gemacht auf jeden Fall. Aber es verdient auf jeden Fall meinen vollsten Respekt an die Entwickler. Ah, der Drifter ist ein bisschen scheiße. Aber gut. Aber um mal auf was anderes zurückzugreifen. Irgendwas muss ich sagen. Weil ich möchte keine Pausen machen. Und ja. Das sind jetzt auch keine... Einer der Ziele, die ich mir jetzt nicht vorgenommen habe. Sondern jetzt einfach so. Frei raus. Und... Ach komm, was war das jetzt für ein scheiß Timing. Das war das für eine Scheiße. Ach, jetzt ist es mir egal. Ich habe noch einen grünen. Irgendwas wollte ich jetzt sagen. Aber... Naja genau. Wegen dem Vergleich. Mario Kart DS. Und jetzt mal mit Kart 8. Ich sag da, aber gerade ist es... Es ist bombastisch. Ich will es deutschen. Ne, geht doch nicht. Ja, ich wollte den blauen Panzer versuchen zu dodgen. Aber es irgendwie ging es gerade gar nicht. Schade. Ne, ist auch egal. Wir wollen ja den Goldpokal haben. Und das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Und so krass fällen wollen wir auf jeden Fall auch nicht. Also... So gut wie möglich fahren. Und immer was am Hindern haben. Dann sind wir eigentlich safe. Außer das Spiel denkt sich einfach... Wir verarschen einfach so viel. Peter passt das schon. Yay. Das wäre aber nicht so schön. Aber... Soweit... Läuft alles. Definitiv. Da haben wir noch eine Strecke. Dann ist der Partner auch schon wieder vorbei. Bisschen zu schnell irgendwie. Aber naja gut. Machen wir weiter mit der... Letzten Strecke. Für heute. Und... Die letzte Strecke ist... Toads Autobahn. Bekannt aus Mario Kart 64. Was ich selbst... Zwar gezockt habe. Aber eher über einen Emulator. Und nicht von der Konsole selber. Und da wieder... Ein Vergleich von früher und jetzt. Es ist einfach cool. Es ist einfach mega cool. Was Nintendo da geleistet hat. Also ich würde sagen... Sie haben es einfach mega geil gemacht. Definitiv. Aber... Um noch was... Anderes zu sagen. Das ist mir nämlich auch... Ähm... Seid es jetzt hier beim Let's Play... Oder ins Privat aufgefallen. Ob die Knöpfe... Sehr sensibel sind oder so. Keine Ahnung. Ähm... Weil man muss ja beim... Blocken... Beziehungsweise wenn man ja... Ein Item hinter sich tragen will... Möchte. Je nachdem wie man es nimmt. Muss man ja den L-Knopf... Beziehungsweise... ZL-Knopf back gedrückt halten. Ne. Und da ist es ja so... Solange sich das Item... Jetzt seit hinten hält... Ist auch alles okay... Solange man den L- oder ZL-Knopf... Gedrückt hält. Bei mir ist es so... Vielleicht geht es auch... Andere Leuten so. Beziehungsweise euch. Oder irgendeiner... Der halt gerade zuschaut. Keine Ahnung. Die können sensibel sein. Anders... Jetzt wird mal noch die Hube geklappt. Was soll denn das? Gleich kommt bestimmt... Dann noch der Charry-Panzer. Dann wird das... Einer der dreisten... Verarschte mal wieder überhaupt. Ebenfalls um darauf... Zurück zu kommen. Die Knöpfe der Switch... Beziehungsweise von den Jokons... Sind irgendwie sehr empfindlich. Ich drücke die ganze Zeit durch... Und trotzdem wirft den... Also der... X-Beliebige Charakter... Den ich... Fahre. In dem Fall jetzt zum Beispiel... Verdammt. In dem Fall König Buhu. Keine Ahnung. Ich drücke die ganze Zeit... Wir können es ja jetzt mal austesten. Was für ein Timing. Was war denn das jetzt, Mann? Ey. Nee. Was für ein Timing, Mann. Nee, 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 nee. Das darf hier gar nicht wahr sein. Das war denn das für eine Scheiße. Ah, verdammt. Ach und an all die... Leute, die eventuell das Firehobbing vermissen... Ich habe das Gefühl oder so... Dass sie es gar nicht rausgepatcht haben. Weil ich habe es mal versucht, das sogar... Hier privat. Es geht irgendwie trotzdem ab, so das Gefühl. Oder ich bin einfach nur... Nur doof. Keine Ahnung. Jedenfalls. Ich drücke durch von den Items her. Ich drücke die ganze Zeit durch, um immer was hinter mir zu haben. Aber trotzdem, nach einer langen Zeit, die ich drücke die ganze Zeit durch. Ich drücke die ganze Zeit durch. Aber irgendwie... Nach einer Zeit... Wird dann trotzdem irgendwas nach vorne oder nach hinten geworfen. Obwohl ich die ganze Zeit durchgedrückt habe. Weil ich habe keine Ahnung warum. Ich rede gerade ein bisschen schneller oder so. Hoffentlich kann man mich jetzt trotzdem verstehen. Aber egal. Das passt schon so. Dann... Dürfen wir jetzt unsere... Schönen und mal wieder wohlverdienten Gold-Bokal sehen. Yahoo! Finde ich zwar halt auch ein bisschen schade oder so, dass sie es trotzdem gelassen haben. Also, wie jetzt hier. Genau das jetzt zum Beispiel. Mario Kart 7 und Wii und die ganz vorherigen Teile. Das war schön. Aber dann immer solche quasi solche Highlights zu zeigen. Naja, ich weiß ja nicht. Es sieht zwar ganz schön aus, aber... Näää. Die vorherigen Teile waren schöner. Als wie es so gebracht haben. So die Leute zum Beispiel aus Mario Kart Wii sind einfach so dahin gefahren. Dann hier. Dann zu den Podesten hier. Und dann hat man dann... Platz 1, 2, 3. Und... Ja, halt gesehen. Und dann... War cool. Aber dafür gibt es keine Ränge zum Glück. Wie in Mario Kart Wii. Da gab es noch sowas. Wenn du keinen Stern bekommen hast, war es dann immer A, B, C, D, E. Aber ist egal. Wir haben 60 Münzen gesammelt. Und wir haben mal wieder ein weiteres Fahrzeugteil freigeschaltet. Und was es ist... Erfahrt ihr im nächsten Part. Dann würde ich sagen... Wenn euch dieser Part gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschau Leute. Macht's gut. Musik Untertitelung des ZDF, 2020